Scheiße! Die Trügeras kommt runter! Ob wir auch schon Öl waschen? Öl, oder? Ja, es gibt doch Öl! Öl! Ja, alles klar! Zogen runter! Öl hoch! Oh mein Gott! Also, einen Ölpreis haben sie jetzt nicht gerade begangen. Nicht gemein, du! Oh mein Gott! Money! Nein, so weit würde er nicht gehen und sagen, sowas kommt von sowas. Listen to me! Those people didn't die for money, okay? The middle of a rich fucker! Oh mein Gott! Einer ist größer! Es gibt nichts zu lachen, ja und trotzdem hat da einer gelangt. Die USA sind nicht mehr Freund und Partner, sondern Rivale und Gegner. You're fired! Oh mein Gott! Go to your local FBI office and go shopping! Epple! Oh mein Gott! Wir müssen uns vom globalen Konfrontationskurs der Trump Regierung radikal distanzieren! Oder? Das ist die hiçbir cash juice! Das ist eine der